Au! Au! Was habe ich schon gemerkt? Oh Gott, ey! Kaffee! Ah! HALA HALA! Okay, hacken. Oh Mann! Okay, gehen wir nochmal hoch. Hier, der kann da hin und dann gehen wir nochmal rüber. Ich hoffe, dass es reicht. Hier, das sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Was ist da? Okay, jetzt so einen... Hier, den da, ne? Okay. Aber zum Glück machen die nicht so viel Damage. Das ist ganz gut. Junge, du machst mich ja ganz verrückt! Was machst du hier? An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst hat. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Ist ja nicht für umsonst. Der Karasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Parasen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Ich guck mal nach, was hier los ist. Ah, moin! Petshot, okay. Ich muss echt versuchen mal auf die Gehirnskästen zu gehen. Äh... Hallo? Mach auf! Okay, ich guck mir hier... Du bist leer in der Nähe! Ich muss da echt drauf aufpassen! Was ich hier alles wählen kann. Hacken? Oh, das ist so schwer! Das ist scheiße! Das ist mehr als scheiße! Ne, ich muss runter! Ah! Ähm! Ne, das geht auch nicht! Und tschüss! Au! Okay. MG hab ich! Kaufen! Oh, ich hab kein Geld mehr! Okay. Schade! Okay, okay, okay. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Klasse! Ganz klasse! Ich muss mich vereinen, verdammte Pupalala! So. Schaff ich das? Ja? Ja! Willkommen im Zirkus der Werte! Ah, okay. Über B. Das und B. Okay, geht nicht. Aber hier, ne? Hier, Panzer brechen. Okay. Aber wir nehmen das und dann das. Okay. Alles klar. Gut. Ah, schon besser. Wieso bist du da rausgekommen? Wo ist das Gerät? Hier. Okay. Aber... Ach, ist das frech! Okay. Erstmal umgucken. Was ist es? Das hier? Hecken. Okay. Das mit dem Hecken ist sehr interessant. Wir müssen da hoch, okay? Oh, wow, 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 wow. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Da lang. Dann brauchen wir so ein Gerät, das da hoch geht. Hier so ein. Da hoch. Ah, fuck it. Hier. Da hoch. Ah, hier nochmal hoch. Dann einmal darüber und einmal den hier und das... Oh, Gott sei Dank, ey. Ich krieg immer so Panik dabei, ehrlich. Okay. Okay. Ich hör da noch einen. Nein. Weg. Was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht? Ist dir da irgendwas ausgelutscht? Ich bin schön. Ja, voll. Sieh mich an. Nein. Das könnte man an mir noch besser machen. Dein Charakter. Durch Adam und mein Skalpell habe ich... Oh! Aber gibt es vielleicht doch noch einen Steinau? Was ist? Wenn ich zu etwas noch vollkommener als erschaffen könnte. Meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Schnaller! Ah! Was? Was war das? Was war das? Was war das? Was war das, Mann? Wo ist mein Bot? Ist der weg? Oh. Ich hab Angst. Sicherheitskameras. Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Es sind Rhymes Augen und Ohren. Geht das? Geht das? Geht das? Ah. Okay. Ähm. Von da... Mal runter. Ich hoffe, ich schaffe das. Weil die sind ja eigentlich relativ zügig hier unterwegs, ne? Ähm. Ich brauche mal so ein Ding. Hier sowas. Sowas. Und dann noch so einen. Und dann so einen. Und dann so einen. Und dann brauche ich hier so einen. Ah Gott. Gut. Okay. Die gehört jetzt uns, ne? Alles klar. Da bin ich ja jetzt sehr glücklich. Mh. Da hat Magen Darm. Grillen. Ich hab die Schürze um. Ich krieg die Würste rum. Ich bin der Bernd und stehe am Grill. Und mit wie... Hähnchen in der Kralle. Herr Gästeleit. Herr Gästeleit. Herr Gästeleit wandelt ihr Körper den veränderten Strom einer geeckten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel umhecken und heilen. Du hast ein erstes Körpertonikum erhalten. Äh. Körpertonika machen die stärker und mächtiger. Sie werden gesondert von Plasmiden und anderen Tonikumtypen ausgerüstet. Alles klar. Vielen Dank. Sehr freundlich. Ich bin, äh, davon sehr begeistert. Ähm. Ich war ja... Ich bin ja von hier unten gekommen, ne? Nyeh. Ja. Einmal kurz hochgehen. Puh. Ein bisschen mehr Hygiene. Und ihr hier nicht schreibt. Alter. Abbaa! Buh! 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 Abfackeln! Juhu! Das ist gut! Achso. Das ist gut! Das ist echt gut! Das ist schlau! Ich würde mal sagen, das ist echt schlau, ne? Wenn man damit durchkommt, ist es ja gut. Aber nicht für mich, ne? Oha! Abfackeln! Exit! 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 Achso, da waren wir von unten, ne? Oh, hier in den Schrank! Guck mal! Ja, jetzt mal alles angucken und mit dem was geht, so, ne? Oh, hallo! Okay. Jetzt weiß ich echt nicht, wie lange diese Folge schon geht. Hallo? Ich bin da an der Ecke hängen geblieben, ne? Kaffee! Kaffee! Aber ich habe meinen Bot verloren! Das finde ich sehr schade. Ich mochte den. Ich habe mich sicherer damit gefühlt. Kaffee! Ach, ich bin hier so durchgeprescht. Natürlich habe ich so vieles übersehen. Klar. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen. Wieder und wieder. Die begradigte Nase. Das markante Kinn. Die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Okay. Ich glaube, der ist ein bisschen Kacke in der Bienne. Ich glaube, der ist ein bisschen Verhaltensgestört. Kann das sein? Ich höre eine Kamera. Wo denn? Wo höre ich hier eine Kamera? Ah, 0451! Ich hatte... Im Stream war ich hier und habe das mit dem Code nicht gerafft. 0451. 0451. Das Ding ist, ich habe das im Stream nicht gesehen. Weil hier war ich noch. Schrot. Eine Ispritze. Ein Autohacker. Okay, was auch immer das jetzt ist. Ich würde gerne einmal nachladen und diese Spritze mitnehmen. Geil! Und hier ist auch irgendwo eine Camera. Eine Diaz. Camera Diaz ist hier noch. Ja, lecker! So, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich habe die Stürze um. Ich drehe die Würste um. Klasse. Das ist immer nicht so gut. Ich habe hier die Tür. Und! Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. Ergänzung der Hack-Smart-Produkt-Palette und wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Alles klar. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Oh, das ist toll. Das freut mich. Aber wo ist der Typ jetzt? Ist das der hier? Der kann sich doch nicht darauf gelegt haben. Das ist doch Quatsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Äh, Psycho! Alles verrückt! Alles verrückt! Okay, ich höre hier aber eine Kamera und das nervt mich. Oh! Elisha! Hallo, du bist der Arsch! Du Arsch! Mach das nicht! Ich glaube nicht, dass es der Arsch war. Oh, das war aber echt arschig. Das mochte ich nicht. Oh, moin Uschi! Oh, alle nicht ganz dicht. Ich mag die Teddybären. Was ist hier mit denen, ey? Irgendwo... Ich will nicht saufen. Möchte ich nicht. Da hoch... Okay, wir müssen da hoch. Oh man, ey. So, ich gehe mal direkt hier hoch. Ich müsste mich mal ein bisschen beeilen, bitte. Ähm... Ja, und dann bräuchte ich so ein Gerät hier und der kommt dahin, der kommt hierhin, dann kommt hier so ein Gerät-Ding dahin und dann bin ich... Boah, fertig, fertig, fertig mit der Welt. Der war ja ein Arsch! Da, ey, den... Oh. Und safe. Auto hacken. Ja, hier. Okay. Ähm. Dollar, Schrot und Panzer brechen. Cool. Vielen Dank. Sehr freundlich. Oh, das war ja richtig gemein, ne? Da habe ich schon geguckt, geluschert, gemacht, getan. Ich höre hier doch eine Kamera. Mein Gott, kannst du mir erzählen, was du willst? Da waren wir schon. Hier waren wir. Okay. Wir haben hier alles abgescannt, ne? Ja, stimmt nicht, aber... Hier. Die sind so kacke! Oh, warum sehen die so scheiße aus? Hübsches Dierndl? Äh, nee, nicht Dierndl, wie... Äh, Madl. Hübsches Madl. Sehr, ähm... Intensives Gesicht. Ähm. Ich wollte es dir jetzt auch nicht beleidigen, weißt du? Oh, hier kann ich schrecken. Ich schrecken, egge, 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 egge. Verrückt dich. Äh, nee. Äh, nee. Oh, Puh, Palala. Äh, ähm... So, so... Oh, ey, das ist, ähm... Das mit dem Hacken ist ja so ein Ding für sich, ne? Hast du mal Bioshock gespielt? Und wenn ja, wie war das Hacken für dich? Anstrengend? Witzig? Cool? Hast du oft versagt? Wie war es bei dir? Ich hab echt vor jedem Hackgerät Angst. Dass ich verkacke. Ich hab gehofft. Ich hab gehofft. Okay. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen hab, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, hab ich gesagt. Wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich machen. Hm. So. Da ich aber nicht weiß, wie lange wir jetzt aufnehmen, beende ich hier. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hab echt Bock auf mehr. Und ich hoffe, du auch. Und begleitest mich. Und beschützt mich. Oder drückst du mir den Daumen, dass ich hier nicht ständig kreppiere. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh. Adieu. Tschüss. 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 Tschüss.